Mit welchen Gefühlen erinnert er sich heute an die Zeit? Davin Herprögen begeisterte bei Deutschland, sucht den Superstar 2019 Jury und Publikum mit seiner Stimme. Er sang sich Runde um Runde bis ins Finale und konnte dort den Sieg erringen. Seit seinem Gewinn der beliebten Castingshow sind inzwischen drei Jahre vergangen. Promiflash verriet der Sänger jetzt, wie es ihm beim Blick zurückgeht. Die drei Jahre gingen sehr schnell vorbei, erzählte Davin im Gespräch mit Promiflash. Er sei sehr dankbar für seine Zeit in der Sendung und auf der großen Bühne der Live-Shows, fügte er hinzu. DSDS ist eine Riesenshow mit vielen Überraschungen, Profis und netten Menschen. Darauf blicke er gerne zurück. Auch für seine berufliche und private Zukunft sei seine Teilnahme bei DSDS hilfreich gewesen, betonte Davin. Die Show und der finale Sieg haben mein Leben positiv beeinflusst. Er begrüße es aber auch, dass sich das Format in der aktuellen Staffel mit neuer Jury und neuer Ausrichtung etwas gewandelt habe. Er begrüße es aber auch, dass sich das Format in der aktuellen Staffel mit neuer Jury und 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 neuer Jury. Er begrüße es aber auch, dass sich das Format in der aktuellen Staffel mit neuer Jury und 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 neuer Jury.